hallo und herzlich willkommen hier wieder zu dies und das und ich habe gerade mal bock gegen ein paar bots zu zocken muss ich aber auch noch einstellen so wie gut da sollte eigentlich alles eingestellt sein sieht soweit gut aus und denn jetzt los ja ihr habt gesehen 15 minuten 15 minuten zog ich jetzt euch mit euch jetzt hier und ja ich möchte über das thema reden youtube wird bald kostenpflichtig ja youtube überlegt ja bald kostenpflichtig zu werden und solche sagen warum weil so viele adblocker benutzen so deshalb wird youtube bei kostenpflichtig werden wie es genau aussieht weiß ich nicht ich kann jetzt nur das sagen was ich gehört habe und zwar dass einige kanäle kosten werden also dass man jetzt zum beispiel grunk jetzt als beispiel sollte eigentlich jeder kennt abonnieren muss und ja so wird das dann aussehen habe ich gehört aber auf jeden fall will youtube auch ein rauchgranaten drauf abgeschossen ich wollte gerade sagen da war gerade das ding an meiner textur ja youtube will sich kostenpflichtig machen und was haltet ihr so nebenbei vom oh ich sollte mal die punkte herstellen ich hätte mal die punkte herstellen sollen jetzt haben wir gleich nochmal keine panik was haltet ihr denn da von diesem neuen channel designer gibt es ja schon so diese iusti oder wie die da heißt die das gemacht haben wie findet ihr das eigentlich ich finde das ziemlich ich habe ihn einmal nicht macht ja da ist ja so teams aus team das mit lebensanzahl unbegrenzt will ich nicht der einstieg erzwingen nein das müsste es eigentlich ganz normal sein punkte mit unbegrenzt perfekt und go noch mal und wie findet ihr eigentlich dieses neue channel design ich finde das ziemlich kacke und da gibt es auch eine petition zu ich weiß nicht ob die noch aktiv ist wenn die noch aktiv ist ist der link gegen das neue channel design von youtube denn hier unten in der beschreibung was ich auch noch hammer finde ist wie viele haters mittlerweile auf youtube da müssen wir nicht darauf achten da gibt es ziemlich viele ich mache das ja so persönlich wenn mir jemand negativ unter einem anderen video auffällt dann blockiere ich ihn ganz einfach auch wenn er bei mir noch nichts gemacht hat wenn ich sehe der eine schreibt unter dem einen video fick dich oder so du bist scheiße du bist fett keine ahnung denn wird er bei mir dann wird er bei mir auch gleich geblockt da fakkel ich nicht lange da block ich gleich morgen beschissen rauchen granate mit wirklich was hat denn das schönes ich hebe mir mal ein paar waffen auf ne ich nehme ich mal das ding auch schön nehme ich mal das ding ich mache das jetzt so ich darf nicht nach landest gute idee ich habe so gut wie den ich will die wieder haben die war gut ich will die wieder haben die war gut fand ich witzig oder spiele gehört bedrohung neutralisiert nein nicht nach land muss man hier nehmen ausgeschaltet nein nicht auf mich abschluss bestätigt hilfe ich glaube bei der bleibe ich doch mal kurz im multiplayer so im öffentlichen spiel kann ich damit nicht spielen im bot modus jedoch komme ich damit ziemlich gut klar verstehe ich nicht warum konnte ich jetzt nicht messern wenn man kann standen aneinander messern wird verstehe ich nicht moment nicht auf mich schießen das macht aber lehrgeschossen lehrt sich damit ein kommen auto explodieren mit welcher erwischen schade sade sade mami, 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 lad nach fick dich, wo saß der denn jetzt ja, alles klar rauch damit ich auch nichts mehr sehe bedrohung neutralisieren bedrohung neutralisieren haben haben auch eine sniper das wird jetzt ja witzig der ist erledigt nicht auf mich nicht auf mich frisst die samtex da war ich irgendwie nur am rennen was soll ich denn eine zweitwaffe meine armenbrust ja bot modus zeug ich immer so just for fun mal bing bing bordododung na Leute was war da daneben für den arsch daneben ich bin gerade so schlecht ja hier ist skill pur achtung setze rauch ein rauch 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 ich glaube ich brauche gleich mal ne kaos mit askorpion Feind ausgeschaltet. Werfe Rauchgranate. Haftgranate geworfen. Au. Haha. Wäre ja geil gewesen. Feind ausgeschaltet. Tü, tü, tü. So. Hab ich denn noch irgendwas witziges? Ja, ich hab hier wieder Muni. Dem Arsch. Wo war denn der jetzt schon wieder? Haftgranate geht raus. Er ist erledigt. Meinst du, der ist explodiert? Ich bin leer geschossen. Das sind mir zu viele. Fress das. Wow, was machst du denn hier neben mir? Nein, der hat sich getroffen. Lade nach. Leut, wo war der jetzt schon wieder? Ich blick manchmal nicht durch. Ich blick manchmal nicht. Ich hab Lex. Feind ausgeschaltet. Ich hab Lex. Warum hab ich Lex? sag ich, wer 60er PS. Aua, aua, aua. Ich muss nachleihen, ihr Wichser. Lade nach. Lade nach. Tü, tü, tü. Wo erlebst du das? Arschloch. Ja, Moment. Du musst auch gleich... Das ist Schwachsinn, da rauszuschießen. Ja, erstmal du. Dann irgendwie du. Er ist erledigt. Was hab ich hier eigentlich für eine Waffe? Scar H. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die gefällt mir. Muss ich mal auch einen Multiplayer versuchen. Na ja. Wie eine schöne flüssige 60 FPS das gefällt mir. Aua, aua, aua. Das geht schief, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Okay, jetzt halte ich mich eigentlich ganz gut. Das ist ein Abschuss. Warum treffe ich dich nicht? Da habe ich ja gerade nur wirklich geschossen. Was war denn das denn? Heilige Scheiße. Wollen wir ein bisschen mit der Armbrust rumrennen. Kontakt bei mir! Mit dem Ballistikmesser bin ich wesentlich besser. Hi. Marco, was habe ich denn noch so für Klassen? Ah, die habe ich noch. Das ist schön. Auch eine sehr schöne Waffe, wie ich finde. Problem ist, auf kurze Entfernung hat man mit der mal verloren. Also das ist wirklich nur was für längere Distanzen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe auf der Klasse keinen Klünderer. Also kann man hier mal öfter sterben. Aber das habe ich ja gerade gut hinbekommen. Ich habe gerade schon wieder nur 30 Frames, das ist nervig. Ich habe nur 30 Frames, das ist nervig. Jetzt habe ich ja 60. Abschuss bestätigt. Lade nach. Moment. Genau, Moment. Bedrohung neutralisiert. Abschuss bestätigt. Dann mache ich halt jetzt mit der Waffe weiter. Der ist erledigt. Feind ausgeschaltet. Der ist erledigt. Jetzt habe ich denn hier die MTA. Auch eine sehr schöne Waffe. Ich habe hier nur 30 Frames. Nein. Wer hat mich denn da erwischt? War das der? Ja. Fickt euch. Wow. Nein, 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 nein. Erschütterungsgranate geworfen. Wieder nur 30 Frames. Das ist das denn da für ein Bullshit. Abschuss bestätigt. Bedrohung neutralisiert. Jetzt habe ich wieder 60. Jetzt wäre alles schön. Nein, 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 nein. Triffst du nicht, scheiß Sniper. 130 Frames. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss meine Festplatte mit E-Fragmentieren. Ich glaube, die kommt nicht mehr ganz hinterher. So. Rundernate. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Der hat mich geil weggenutzt. Das war mal geil. Random. Erschütterungsgranate geworfen. Also, das ist geflasht. Random. Das ist ein Helflgrad für einer. Ah, ich bin schon im Wienste. Ich habe schon wieder nur 30 Frames. Bullshit. Wow, du kommst zu näher. Er ist erledigt. Abschuss bestätigt. Das ist ein Abschuss. Moment. Alter. Stirb doch einfach nicht. Oh. Der ist erledigt. Da hat man ein Tastaturmavir gespackt. Das ist ein Abschuss. Der ist erledigt. Stirbt doch alle hier. Habe ich gerade gegen die Leiche geschossen, noch von innen. Auch mal nice. Nice. Auch mal nice. Ich bin leer geschossen. Erwischt. Er ist erledigt. Aber, 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 aber. 30 Frames nicht net. Erschütterungsgranate geworden. Das ist ein Abschuss. Da, 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 da. Hilfe, 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 nein, aua, 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 aua. So macht man Kill, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Deinen Schatten habe ich doch gesehen. Pisser. Pass auf, dass ich hier die ganze Zeit nur, noch. Ich glaube, ich muss nur die Festplatte echt mal wehre, die Fragmännchen, das geht ja gar nicht. Boah. Das Ding will ich haben. So. So einfach durchfetzen. Lol. Ich habe zuerst gemessert. Ich habe so scheiß Frames, gerade nur 30. Das ist so rucklig. Warno, tut mir so leid. Jetzt habe ich wieder voll. Lol. Das war mir gerade ein bisschen überrascht viel. Lauf, läuft. Was war denn das jetzt? Hä? Aufregt. Er ist erledigt. Ja, das weiß ich auch, Herr Computeransager. Nein, 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 nein. Fickt euch. Fickt euch. Nicht auf mich schießen. Bedrohung neutralisiert. Nein, ich spiele ohne Wallhack. Bevor jetzt jemand ankommt. Moment. Moment. Das war nur logisch, wenn ich da in Flasche... Die Zeit ist alles vor. Angealter. Der ist erledigt. Wow, 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 wow. Was standen die denn alle da vor? War schwächer. Ich mag doch keine Klingelstreiche. Abschuss bestätigt. Lol, da war noch ein Schuss im Magazin. Nein, 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 nein. Fehl, 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 fehl. Der ist erledigt. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, ihr seid zu viele, ihr seid zu viele, ihr seid definitiv zu... Huh, viele. Weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot, 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 rot. Okay. Ja, nice, würde ich mal sagen. Ganz in Ordnung. Hatte schon mal bessere Spiele, aber war so ganz in Ordnung. Ja gut, wieder mal dies und das. Black of Swords, hab ich mal Bock jetzt so drauf. Ja, ich bedanke mich für das Zusehen und wie ihr merkt, ich versuche mal so Themen anzusprechen. Aber gib mir doch mal Themen, über die ich reden soll. Das soll euch ja auch interessieren. Also schreibt mir in die Kommentare, welche Themen soll ich ansprechen. Dann lässt sich darüber bestimmt mal reden. Bis dann und auf Wiedersehen. Euer LPL97.